2. 1. Go. So ist jetzt der Typ bei dir? Frag mich halt. Weil ich dir eigentlich zu gut zuschieße und nicht zum Frostblöden. Come on Shatter Zoom. Decken auf Sniffy. Kein Banner. Jetzt Spawn. Oh, der macht. Jetzt will ich aber schon noch töten. Spotten. Und Sniffy tot. Trap. Wir müssen langsamer auf den King, oder? Nein, das geht sich nicht aus. Bis er mit Sicherheit tut oder so. Also ja, wir müssen nur 7% machen. So, man macht ja einen Schein, du nimmst ja keinen damit. Jetzt, jetzt kommen wir zwischen. Frost King, ja? Ja, auf den Frost König. Für Spawn, wenn es geht. Jetzt wieder ums Null. Sascha, jetzt kannst du dich aber nicht nur so anstellen. Jetzt Spawn töten, fokussen. Add kill, add kill, add kill. Jetzt kommt drauf, wird ein No-2-0. Ich spaziert den Nächsten. Ich spazierst den Nächsten an. Ich spazierst den Hkan. Jetzt 티끝ere den Hkan. Dann Schwarze, schnell Tapisieren. Fokussend den Hkan. Jetzt spazierst den Hkan. Jetzt kommt das Hkan. Und dann kommt das Hkan. Add add Sniffy Reflecte den nächsten nicht kicken Mit auf Zui jetzt Ad spawn da allerdings noch, das können wir noch nicht tüten. Jo, aufs Ad. Geht aufs Ad. Also wir töten Sui jetzt und dann switchen wir auf den Mokko. Gib mal Pains ab, bitte. Kann ja auch Vigilance geben, muss ich nur sagen. Bis, Pan. Ne, Nick, man braucht mal Heal, bitte. Spot, schnell. Machen wir jetzt den Respekt? Ja, ja. Ed ist gespawnt. Nicht direkt in den anderen Reihen rennen können. Spotten. Wen fehlt dir jetzt? Geht Wusti? Nein. Achso. Ich helf mir erstmal diesen Chara irgendwo. Bleiben die fit und jetzt die ganze Zeit liegen, ja? Okay. Ist der Sinn für Gott? Der ist doch tot. Ja, der ist tot. Ja, der hat sich ja auch aktiviert. Wie, 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 wie. Wie machen wir denn jetzt weiter? Fokus, haben wir jetzt wieder Eigentot? Ad. Fick danach. Haben wir noch ein BL für Sniffy eigentlich? Ad. Leo. Okay. Soll ich jetzt anmachen? Fokus auf Ad. Ja, mach an. Also Benzen, du kannst den Frost gehörigsten weiter wegziehen. Ja, ich zieh ihn schon weg. Jetzt spotten. Wenn das Spiel mitkommt, zieh ich den Mob holen. Spot mal den Mob. Wir fokussen den Frosten, Mongo was nächstes. Stacken auf Sniffy. Stacken auf Sniffy. Stacken auf Sniffy. Was? Oh, lol. Pfff. So, dann hast du ihn bitte. Ad. Überheal auf Benzen Ich bin eingefroren. Ist ja der einzige Tank, den wir zu machen. Ja, oberheal den einfach. Der ist halt gleich wieder raus. Geht auch noch so. Äh, töten den Frostgemann wie das nächste, ist wichtig, dass er da rum geht jetzt. Ja. Bist du halt.. dass er nicht mehr gefrozen wird. Einfach dann kiten, wenn ich den Debuff krieg, ne? Oder einfach gegen Hine, wenn ich... Das kommt jetzt, das kommt jetzt. Du kannst auch einfach kurz bevor du gefrozen wirst dein Wächter holen, oder so. Sniwi, bist du sicher, dass es der Böse ist und du nicht alleine stehen musst? Nein, ich muss stacken. Ich muss stacken, stimmt schon. Ah, nee, also jetzt musst du nicht mehr stacken. Doch. Also, ich meinte, beim nächsten, der verteilt wird. Benson in 20 Sekunden fängt an, sich zu freezen. Ich glaub, vorher stirbt er. Mit Glück. Ja, wir haben ja noch CDs zur Not. Kannst du uns cornen, ich hab den, äh, Puri Shit. Hättest gesporen, aber... Na, das wär nicht schlecht, müsstest halt ungefähr 10 Sekunden. Oder die Highlights gegen... Nein, 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 er stirbt, er stirbt voll, er stirbt voll, er chillt. Da ist auch ein Ad. Du tötet das Ad. Das ist ein Cheer. Du bist auch fast tot. Ja, gut, jetzt noch den Mongo. Warum bin ich gestorben? Weil eigentlich immer, wenn... Es ist immer, wenn du tot, es droppst so krass, es warnt. Ja, ja, ich weiß, aber immer, wenn Benson acht Stacks hat, hab ich gespottet und Schildball angemacht. Und das ging sich immer aus. Und eben... ... bin ich halt trotzdem gestorben. Irgendwann ist es sicher nicht ausgegangen. Der Kai-Jung ist noch nah an. Alles abgelaufen. Warum zittert er so? Wow. So, execute, reflect. Also, aus dem Grund haben sie das genervt, ja? Ja, dann muss ich das Krieger nicht selbst rotdrucken werden. Und, ist die Faustwache drin oder was? Naja.